Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Outlast mit mir, eurem Masthof. Das letzte Mal sind wir grandios gescheitert. Oh. Okay. Hä? Ja. Okay. Nach soll der Herr ja nicht auftauchen. Ja. Und diesmal versuchen wir uns beim Versteckspielen besser anzustellen. Also schauen wir mal. Da ist schon wieder nichts. Der ist recht tügewey. Ich habe keine Angst zu sterben. Ich habe auch keine Angst zu sterben, eigentlich gesagt. Na ja, Arschgeige. Ja, also hier. Jetzt kommt er wahrscheinlich her. Hier kann man noch nicht hin. Soll ich mich mal. Und mach den noch an. Versteck mich dann hier. Genau. Dann habe ich zwei angemacht. Und wir können zum nächsten gehen. Weiß gar nicht, wie viele es hier gibt, aber... Das werden wir ja dann sehen. Da. Waren wir klar. Schauen wir mal, ob er mich erwischt. Na, da ist er. Okay. Ja, macht natürlich wieder ein paar auf. Hauptsache ich nicht mehr eins hier. Das war einer. Okay. Kann wieder her weiter. Weiß ich nicht. Lauf mal langsam. Blöber Strain! Hier, ich bin mir sicher, dass du willst doch. Da versteck ich mich mal. Ja. Oh, Mensch. Dieser Typ. Ja. Little one. Ja. Just another ghost. Ja. In deinem Kopf spuckt es ein bisschen zu sehr. Oh, Mann. Ist er weg? Ich glaube ja. Okay. Neue Links rein. Ich trau mich mal hervor. Okay. Und wo sind wir jetzt? Ach, hier. Machen wir auch aus. Ja. Da ist noch so ein Schalter. Da ist eine Batterie. Wo kann man sich hier verstecken? Lass. Ja. Das soll man machen. In dem Fall. Der sich nirgendwo verstecken kann. So vielleicht. Na gut, probier's mal. und hoffen, dass man sich hier gut versteckt, weil kommen wird auf jeden Fall. Ich glaube ja immer, wenn du ein Ding anmach, kommt sie genau dahin. Und um die Theorie zu testen, mache ich das ja hier gerade. Lass uns gespannt sein. Als ich die Tür zugemacht habe, muss ich ein bisschen dagegen treten. Keine Ahnung. Ja, da ist er. Ich hoffe, er kommt nicht bis hierher. Sonst bin ich wahrscheinlich wieder tot. Oh, okay. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Oh, da gab es einen Spind. Das wusste ich nicht. Ja, da hast du recht. Hier ist nichts. Also das wieder gehen. Oh, Mann. Das sind die angeschwanden Dinger im Spiel. Die aber nicht jetzt gruselig sind. Okay. Hier ist er nicht hergekommen. Sehr schön. Okay. Wo ist der wohl jetzt? Und wo muss ich weiter? Ich habe gerade keine Ahnung. Ja. Da ist er wieder. Was mache ich jetzt? Ah, toll. So, bin ich hier wandert jetzt die ganze Zeit hier durch. Fuck. Ja, da bin ich immer noch nicht. Puh. Alter. Gerade dachte ich schon, er hat mich erwischt. Okay. Das ist doch weiter gegen Pinn, oder? Hier ist gerade nichts. Hier kann ich rein. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Sehr schön. War das nur ich? Oder war er das? Keine Ahnung. Haffel geht in die verschlossene Tür und macht sie auf. Wer ist das? Niemand. Hallo. Ja, ein Schlag. Das war mir jetzt aber klar. Ja. Ah, hier also. Kann ich gerne anmachen. Ja. Bis jetzt. Hier ist kein guter Versteck. Kann der was verschöcheln. Ja, lol. Takio. Steh wieder. Was ist das? Geschafft Okay So Licht ist wieder an Tür war auf, oder? Dann gehen wir doch raus Hä? Das Licht hatte ich angemacht Dokumente Will Kehre zum Herzen mehr zurück Ah, super Das hier ist nicht das Herzen mehr Ne, das war dann da wohl War die Tür vor zu und ist sie jetzt aufgegangen, oder? Ich renne aber auch mal kurz Also hier bitte So, mal sehen, ob es diesmal klappt Scheinbar nicht Ja, eine Spritze Vielen Dank, der Herr Ich hätte das nicht tun müssen, aber sie können noch nicht gehen, sie müssen noch so viel erleben Aha Wenn sie es sich ansehen, können sie es Was ist das? Du, Herr, in der Ruhe, in der Ungläubigen, in seiner Wahrheit zerfetzt Und sie wissen, wie ich Genau, es führt über die Wahrheit Fangen Sie aus dem Evangelium und alle Türmen werden Sie ihn öffnen Da Okay Gut Das hat uns wiederer, bis der Herr Ja, zumindest Gut Zum Glück habe ich doch gerade überlebt, aber Den Keller da Oh Furchtbar Was ist los? Wo hat er mich hingeschleppt, der Herr? Der Wallrider ist der Herr? Hä? Ich bin eingesperrt Quasi das Nixkapitel beginnt Kreuze, ja Ich bin in eine Gummizelle eingesperrt Oh Was für ein lustiger Typ Wo bin ich ja? Ja, das war es in Peace Rest in Peace Rest in Peace Benny Oh Ja, das können wir uns in der Hand schauen Was für den Formant? Das ist dann aber schon alles Da Vater Martins Zelle Der Priester Vater Martin hat mich hergebracht, um mir etwas zu zeigen Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was sich schiefgelaufen ist Aber er ist vom März hingang gestorben Hohen Frieden steht mit Blut an der Hand geschrieben Ja Er hat aufgemacht Vielen Dank Ah, den Terminieren waren es nur mir anzusehen Ich frage es aber Da wollte ich wahrscheinlich so sehen hin Da läuft einer lang Und jetzt? Kein Schlaf mehr Toll Ist das jetzt mehr ein Stealth-Spiel? Kein Schlaf-Spiel Allein Bleiben mich allein Sie sind in meinem Blut und wollen sie rauskommen Gehen Okay, der eine scheint regungslos mit dazustehen Ach, als ob Hallo Nope Ich kann dir leider nicht die Tür öffnen Und du siehst hässlich aus Ja Dachtest du, ich verschreck mich von dir? Nee Du siehst wirklich hässlich aus Hallo Wie geht's nicht? Oh Hm Das will jetzt doch was tun Du mit deinem einen Auge Und deinem fettdreck Das soll gerne reinhauen Ich wünschte, ich könnte es Okay, man sieht das nicht so gut Okay, man sieht das nicht so gut Wer ist das? Das ist eine Zunge und seine Leber, sogar in dir. Danke. Ja, verdammten Joran. Du siehst, wie du es gesehen hast. Ich hab grad jemanden gesehen, der über mich gesprochen hat und mich töten will im Zellenblock B oder was. Hier ist nichts, nur tiefe Dunkelheit. Du Arsch. Ja, du kommst hier scheinbar nicht raus. Ich will dir helfen. Okay. Ja. Okay. Sind hier noch mehr. Ja. Auch hier kann man nichts öffnen. Hm. Das ist jemand. Auch nicht. Was ist mit dir? Hallo. Wir haben jetzt ein bisschen schärft. Das ist sie nicht. Hier. Billy hat verstanden. Die waren immer hier. Boah. Was die mit dir wohl gemacht haben. Bist du nackt? Ich sehe ja nicht viel. Na ja. Die haben den hier rumgeschnibbelt scheinbar. Mist. Hier war ich schon nur da und da war nichts. Genau. Hier ist auch noch eine Tür. Hier ist was. Na gut. Da geht's auf jeden Fall weiter. Hallo? Sollte mich hier grad verstecken. Glauben nicht, oder? Hallo? Na ja. Na ja. Na ja. Ist hier jemand? Also ich kann mich hier auch verstecken. Ja. Klar. Boah. Der sieht nett aus. Freakshow hier. Das ist eine nette kleine Freakshow. Ah ja. Okay. Gehen wir mal hier weiter. Obwohl. Haben wir jetzt hier alles gemacht, was gemacht werden kann. Und ich habe eine Weile gespielt. Ich schätze wir banden dann hier. Ja. Also. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play Part von Outlast. Bis dahin.